Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, das Design mag Geschmackssache sein. Die Person, für die der hier bestimmt war, findet ihn jedenfalls super. Ich kann leider keine Angaben zur Schnelligkeit bezüglich Lesen und Schreiben geben, aber meines Erachtens arbeitet der Stick schnell genug. Er wird als bordedeler Speicher für größere Dateien benutzt, die nicht alle auf ein Tablet passen, so dass oft der USB-OTG-Modus in Anspruch genommen wird. Sowohl PC als auch Tablet haben problemlosen Zugriff auf den Stickern und können die Daten darauf verwalten. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.